hey you guys willkommen zurück bei batman hängt irgendwo dran nein let's play batman arkham city wir müssen in starved einbrechen ein paar boomer ausschalten dürfte leicht werden so ich nehme schon erste wetten an ob ich gesehen werde oder nicht irgendjemand fehlt da drin bist du da hier muss er ja hörst du mich war das der klang eines eurer schädel der auf etwas hartes knapp das war sehr gewonnen ich hoffe wir haben noch nicht fertig ich glaube ich habe gehört dass sich jemand am Boden den Schädel aufgeschlagen hat ja das war so eine der physischen wo seht ihr denn das nicht alles alleine machen doof anstieg der obligatorische aus jeder folge das ist aber echt so ach ja weißt du irgendwas über protokolls Batman es ist Batman ja und ja genau ach ja der titan behälter wusste doch da war noch was ja genau ja genau sprühe erstmal auf dem Boden why not stimmt den hatten wir ja auch noch nicht hier drin ich glaube jetzt haben wir fast alle ich glaube einen haben wir noch übrig einen sollst du ne einer ist noch übrig und dann was waren denn noch mal war glaube ich in der U-Bahn ne in der U-Bahn den hatten wir glaube ich schon ähm Leute ich würde gerne ok wo haben wir den denn ne doch war doch in der U-Bahn hä ok dann war er in der U-Bahn egal müssen wir eh nochmal rein so dann fangen wir hier ach so das waren wir hier früher bin ich da noch immer rüber gelaufen mhm also kann man es auch machen natürlich wenn dann mit style Xia huiua huiua wettn ins die Ruhe selbst also ich weiß nicht krieg ja grad irgendwie Ambitionen so vor dem Ich hab gerade gehört dass mein Dad in das Rathaus beordert wurde Strange hat darum gebeten dass das Hochzeitprotokoll 10 in Kraft gesetzt wird Weiß Gordon was Protokoll 10 ist? Es ist eine Sicherheitsmaßnahme nur für den Notfall Strange hat dem Stadtrat gesagt, dass es ihm nicht gelungen sei, den Einsatz illegaler Waffen im Gefängnis zu unterbinden. Diese Waffen hatte er besorgt. Er hat es die ganze Zeit geplant. Es sieht ganz danach aus. Bei ihm klang es so, als würden die Gefangenen einen Massenausbruch und einen Angriff auf Gothen planen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Was für ein Steinwerk. Ja, wir nähern uns dem Ende. Noch nicht, noch nicht ganz. Ich möchte hier auch eine Sache einbinden, die im Spiel drin ist. Und wie viele auch nicht wissen, dass sie da ist. Denn das Spiel hat tatsächlich zwei in den Mann. Aber wie gesagt, das war ich auch mal. Ich hatte nur gehört, dass die Ärztin immer das offensichtlich von Windschließmich wegen des Heilmittels sogar einer Ärztin. Was hat sie gesagt? Kurz vor ihrem Tod hat sie immer noch gesagt, dass es kein Heilmittel gibt. Ist noch richtig. Er ist zurück. Der Joker ist zurück. Ja, ich habe die Wasser. Allmählich haben wir auch schon fast alle so fehlend. Doch, nicht mal anlährend. Nicht? Wir haben 106 von 440. Ja. Ist hier auch mal was. Ja, das ist auch schon eine Menge. Weil man denkt, dass wir das im Moment nur nebenbei machen. Ich möchte mich richtig besser positionieren. Ich wollte gerade sagen, dass wir das im Moment nur noch nicht machen. Japp. Die Panzer, von denen wir in den letzten Zeit richtig auf den Weg haben. Was? Wir haben sechs Handelköpfe zerstört. Ich lasse dich nicht zu Ende reden. Ich glaube, ich werde jetzt mal erklären, wie es aussieht. Der Joker gewinnt. Du und dein Boss. Ihr verliert. Wir wollen... Vorsicht, die Fledermaus! So, wir sind mal nett. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht tun. Aber gut. Ja, ich frag mich schon die ganze Zeit, was wir machen. Ja, vor allem sind wir mal nett und töten uns selber. Damit Mr. J. kein Problem mehr hat. Wenn du nur wüsstest, was ich vorhabe. Zum Stern gut. Locker, zehn Minuten, fünf Minuten, irgendwie so heißt es... Fünf Minuten, gut, dann machen wir jetzt noch 15, dann passt das. So, nochmal. Ich werde jetzt mal erklären, wie es aussieht. Der Joker gewinnt. Was macht Batman hier? Der Rest ist poliert. Diese Mucke macht der empfällig. Hilf mir bitte! So, den haben wir jetzt gerettet. Der ist uns auch total dankbar. Wer hätte damit gerechnet? Batman rettet mich! Na komm. Ach, weißt du, was kommt? Ich kann den gar nicht boxen. Säure, ey. Diese Ratte. Ja. Ka blambo! Oh, wir haben doch schon mal hier sind. Hier schon mal aufmachen. Oh, ich bin... Oh, ich bin... Oh, kannst du gleich mal... Ja, ich weiß... Ja, ich weiß... Wie, okay. Und da ein wenig... Nein, nein. Okay, hier ist nichts. Habe ich schon gerade von Tannen, oder? Ach, scheiße. Ja, hab ich... Hui! Hui! Ja, ist ja... Ja, okay, es klappt nicht so. Dann machen wir erst mal ganz los. Hi. So, vielleicht von hier. Na, denk mal, es können klappen. Gut, der Reichweite. Ja, ich bin ja erst noch am Anfang gerade so ein bisschen mit mir hergehe. Ja, ich bin ja fast. Typ, bleib' ich hängen! Die können es anders sein. Die können es anders sein. Ja, das ist mies. Scheiß Time-Millage. Der ganze Stress für eine Trophäe. Jetzt muss ich auch noch wieder hier rauskommen. Ah, ist das hell. Willst du nicht sterben? Nein, will ich nicht. Den Stufeanstieg muss ich immer noch verzeihen. Ja, ich weiß. Der wird sich auch noch durchziehen, so. Eine meiner Astrophäe. So, jetzt gehen wir weiter. Hast du das schon mitgefallen lassen? Gut, dass du was hast. Ja, ich weiß. Es geht schneller, als jetzt wieder sich da hinzuziehen. Bye. 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 Die Bohrer sind auch toll. Da darf man nicht drankommen. Das ist die Eisschorle kaputt. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum Batman jetzt da nicht runterrutscht, aber wir sind mal nicht klar. Ich habe mich ins Kamerasystem des Rats gehackt. Die Ratsmitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen, strange, dass sie von ihm sehr enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber sie haben ihm die Erlaubnis dazugegeben, oder? Guten Abend. Das Werkzeug macht mit der Protokoll 10. Ja, es sind immer schwerer anstatt leichter. Brauchst du immer noch eine Antwort? Ruth, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. So, äh. Okay. Okay. So, das ist es. Oh, das ist es. Oh, das ist es. Das ist der Stufzug aber nicht verschwundet da oben. Das bringt eigentlich gerade auf. Ja, komm, ich verteile eben das Level, bevor es uns so wirklich fertig macht. Irgendwie. Äh. Was haben wir denn, Hübschiss? Macht der Schreiberkirche. Ich werde den schon irgendwie mit einer Jäger vor Ort beim Jagen benutzen können. Oh, macht Luca auf jeden Fall. Geld auch. Und weiter geht die Tür. So, hier haben wir wieder was Hübsches. Ach. Da ist wieder ein Kettwunk-Trophäe. Die wir nicht holen wollen. Da ist auch noch ein Kettwunk-Trophäe. Da können wir jetzt hier dran. Wahrscheinlich von unten. Oder von der anderen Seite. So. Erstmal hier ein bisschen rumhecken. Perfekt. So. Haben wir uns erstmal eine Abkürzung geschaffen. Ja, da hat er ein Kettwunk-Schacht. Ja. Alter. Dann nehmen wir es auch mit. Mal jetzt wissen. Steil. So. So. Äh, da... Wo haben wir da dran? Ah, ich glaube, da gab es einen. Du hast hier aufgeschlossen. Ich weiß. Aber hier gab es, glaube ich, einen Blickwinkel. Was mir jetzt gerade wieder einfällt. Ja. Das ist jetzt auch lustig. Wir sehen die schon wieder. Ja. Mal wieder. Aber mittlerweile haben wir fast auch alles. Es gibt, glaube ich, nur zwölf Stück. Dann jetzt... Ruhig, Ärzte. Oh Gott. Du bist es. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind sicher. Hast du ein Glück. Ich hätte dich damit umbringen können. Äh... Glauben Sie mir. Wenn jemand mit einem Eisenrohr auf mich losgeht, bekommt er nicht die Gelegenheit, sich zu entschuldigen. Was ist geschehen? Ich habe getan, was du gesagt hast. Ich habe mich versteckt und sie beobachtet. Wir haben im Nachbarraum irgendwelche Dinge auf dem Boden platziert. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Klingt, als würde Joker versuchen, mich mit Minen zu stoppen. Funktioniert das? Sehe ich besorgt aus? Besorgt? Nein. Krank? Sehr. Du siehst schrecklich aus. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie zurück in Ihr Versteck. Ich kümmere mich um die Minen. Ah, endlich. Geh da weg hier. Also habe ich es gemacht. Hätte es sein Gesicht? Mhm. War hier nicht noch... ...stehen sollen. Echt lustig, Mann. Was denn? Und was dann? Hat sie es getan? Natürlich. Ich meine Sie mit der Hand. Ich bin heiß. Ich mit Jim. Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah er noch beschissen aus und heute der echte Joker. Dieser Kerl trägt eine Miene mit Annäherungszünder. Irgendjemand fehlt damit. Bist du das? Ihr habt Joker gehört. Da habe ich fast einen Fehler gemacht. Ja, der einen hat er übersehen, ne? Und mal, Leute, bewegt eure Ernste her. Zufahrt! Aufwachen, hörst du mich? Dann machen wir es halt anders. Ich habe diese Seite gesehen. Das war's. Wir sind erledigt. Was zum Händler machen wir denn jetzt? Ich bin... Batman! Was wirst du tun, wenn du dich nirgendwo verstecken kannst? Ich sehe, was du machst. Wie willst du die Dinger benutzen, wenn sie nicht mehr da sind? Ja, spreng sie bitte alle. Sollen sie doch machen es. Der Star von hier drüben ist ganz sicher. Hä? Tobi, ich hab ihn! Ich hab ihn verloren. Wir müssen ihn finden. So fahrt! Was haben wir denn noch am netten Spielzeug? Oh, Dirk, kannst du dich da oben verstecken? Falsch. Tarlan! Hier ist Tarlan! Oh, wie ein Kissschlumpf. Heils weg, ich hab ihn verloren. Das ist das Anliegen hier. Findet ihn! So fahrt! Was ist mit euch los, dass ihr auf eurem Rapp geht? Ich passe hier auf! Hä? Also, mein Plan. Wir schwaben aus. Wir finden den Bastard. Alles klar? Guter Plan. Kündig einen! Bei einem Tänismäck, ein klarer Vorteil! Bei euch, zu los, und es geht weg! Das ist voll wiederum. Er hat ihn auch benutzt, um abzuhauen. Der Bastard hat alles! Zu mir! Ich hab ihn! Hier drücken! Ich hab ihn! Er ist hier drücken! Macht gerade nötig. Wir haben ihn! Da! Okay. Dann hören wir jetzt auch wieder mit einem Fail. Solltest du nicht eigentlich stehen und versuchen, mich aufzuhalten? Ich bin nicht ganz da. Ich seh das schon. Joker irritiert mich. Ich kann da nix für. Seine Anrufe schwillen mir durch den Kopf. Also, wir sagen an dieser Stelle, see you guys. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt, let's play Batman Arkham City. Gespeichert hat er, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir machen mal wiederholen. Nur für den Fall der Fälle. Uff... Uff... Untertitelung des ZDF, 2020